won't open das ist denn hier am laufen ach das ist dieser ich sauf mal ab okay dann müssen wir da auf jeden fall ein speedjump machen glaube ich speedjump hier genau da alles klar was der actual wagen die fad alter musste darum hängen das glaube ich nicht so sieht's aus da kommt man auch durch oder ab wie kommt man jetzt was hau der ok super super voll billo alter steht aber hier geht es nicht durch exakt na gut ne dann hat er uns gerade echt aufgehalten weil er darum lag for lost was für ein bobby jetzt aber es ist ja mal mehr siehle grade missile ok und dahinten super missile auch nice gut wir sind auf jeden fall auf dem gut hier geht es wahrscheinlich runter naja dachte ich mir das doch schon ok won't open das ist wieder die schöne drehmoment weg aber damit okay gut aber das haben abgegriffen so dann wieder den da ok ich glaube ja ich glaube ja jetzt ist hier natürlich die frage man kann ja da hochjampen einfach so ne ok yes energy tank boom nice auch nice kann man hier einfach durchjampen oder was looks like it ok trotzdem müssen wir uns da jetzt irgendwie da rein saugen lassen glaube ich mich zu erinnern ok also ohne rum ist schon mal nicht drin alter ich will hier raus ich will hier raus ok dann web und so ja mann da würde ich nämlich tatsächlich rein ok dammit bobby why would you do this ok ich hab keine chance mehr hier am säcke wo kommen wir raus that is the question i admire to know that was pretty wrong oder sehr wrong ja aber wir gucken uns die anderen dinge auch noch an weil wir es können ich glaube nämlich hier ist es falsch irgendwo kann man sich einsaugen lassen und dann noch ein paar sachen abgreifen unter anderem glaube ich auch den letzten reserve tank ich glaube ich weiß nicht genau aber so wie das sollt happen oh f**k w w w w w w w w ok ok also nein es geht jetzt nur noch darum die letzten paar sachen zusammen zu sammeln bevor wir die letzte ebene hier komplett angehen womit ich natürlich meine Trees Nuts aber abgesehen von Trees Nuts natürlich auch noch Ridley damit ich raus lollen kann ja ne das ist falsch hier ich seh schon aber hey guck mal da ist noch was das wir noch gar nicht aufgedeckt haben why warum ist das warum ist das warum ist das hm 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 ich weiß nicht ich weiß nicht mehr das ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr doch ich weiß nicht mehr f**k du wie ist das what the hell what the hell what the actual f**k yo f**k you so sieht's aus bleib mal in the ball form alter wo rollst du hin los mit dir eww ekelhaft oh wow oh wow na great wenn sich das nicht gelohnt hat f**k that s**t oh man ok hey das war für den Arsch so wo ist das ich glaube dann müsste's da unten sein tatsächlich aber immer noch hier gut ich lass mich jetzt mal da runter ziehen nochmal won't open won't open ah nice gut das war in Ordnung tsch Pseudometriot ja das ist offensichtlich alles was hier noch gemacht werden kann also lass ich mich jetzt hier nochmal runter ziehen so komm heut noch heut noch Robbys lol und da unten in diesem Raum hier dran neben dem nebendran glaub ich ist es er muss nur unten an the tribe's the end kommen mal gucken es muss gehen jetzt treibt's dann drunter oder nicht ah nicht direkt ok aber da geht's drunter genau doch das ist das was ich eigentlich gesucht habe genau 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 hier fällt mir noch eindeutig länger nach unten hier liegt so und da gibt's zwei verschiedene Räume wo man Zeug abgreifen kann so sieht's nämlich aus gute secrets gute secrets secrets ok misile thanks for misile me komm dann komm schon hoch da ok ok mach nix mach der nix mach der auch nix das hätte jetzt was machen können jawoll nice powerbomb ok ok sweet jetzt müssen wir nur nochmal da hoch um den anderen Raum auch noch klar zu machen ich hab schon gedacht ich hätte alles vergessen aber nein war sie glück nicht i knew it und da so auch so ok cool gut jetzt gehen wir erstmal wieder komplett runter weil wir's können get the fuck down get the fuck down nicht dann hier ja ne hier geht's auch nicht weiter runter was das geht ab ah gut dass wir nichts sehen soll ich denn jetzt hier wieder rauskommen verdammt wo ist denn der Ausgang der muss aber irgendwo sein no ah da ok so jetzt machen wir denselben spaß nochmal das war jetzt voll dumm weg aber auf der anderen Seite gibt's glaube ich einen Energy Tank oder einen Reserve Tank eines von beiden das sollte man's auf jeden Fall klar machen au beim anderen kommen wir auch hier raus glaube ich joink wär natürlich easy wenn man von hier unten da reingehen könnte geht aber nicht leider nicht ok dann haben wir hier aber auch alles abgegriffelt abgegriffelt auch und dann sammeln wir noch in den anderen Gebieten Zeug oder so ja und dann geht das ab joink ah come on diesen Raum mag ich ja echt überhaupt nicht hab ich eben mal festgestellt der ist voll lame es sei denn man friert natürlich alles vorher ein dann ist er nicht unbedingt lame so so ist er nämlich geil bis klar gut go eingefroren bist so nochmal hoch und dann sind wir hier durch dann holen wir uns die anderen zwei Sachen die Wasser involviert hatten und zwar ganz am Anfang und ganz am Ende won't open maybe maybe ich glaub ne das ist dumm hier geht es nämlich grad mal nicht weiter nur zur rücke screw attack wäre es natürlich nochmal das allergeilste wo gibt oh ja das war zu schnell I see einmal da rüber weil wir es hoffentlich nicht können maybe oh sieht gut aus dass wir das können warte mal nothing okay hätte ja sein können andere Teil noch up drive irgendwann sind wir durch das ist natürlich echt nice ich freu mich dass das funktioniert hat soweit und wir liegen auch noch relativ gut in der Zeit ich hab zwar noch nicht alle Items aber um alle zu bekommen müssen wir natürlich Ridley erstmal noch kill on und seine fette Mom auch won't open sind wir denn hier schon richtig ich glaub schon ok jetzt hängt er da oben kann sich nicht mehr bewegen der arme Sack so das ist der andere Raum glaube ich muss ja so sein und dann kommt hier nichts mehr oder? ok dann ist es nämlich genau so wie ich gesagt habe jetzt ist er mega weggeflogen great hey great ist tot what jetzt wollte ich grad drauf schießen man ok komm geht ab was zur Hölle vamos raus da so ja das sind zwei Sachen auf jedensten au das war klar das bedeutet da müssen wir zaubern oder? au kann schon sein da müssen wir zaubern auf jeden und da ist ein Reserve Tank dabei genau das ist der letzte Reserve Tank und der ist eigentlich kann er einem halt auch einfach mal der Arsch retten mit Glück und dementsprechend müssen wir natürlich gucken dass wir das Ding benutzen ok ok cool ok so ach mit dem Jump Ball auch noch ok give me that damn Reserve Tank Nummero 4 awesome und die Missile so und dann können wir uns endlich auf den Weg zurück machen zurück Missile also ok ok und das war's hier ziemlich sicher jetzt müssen wir einfach nur noch raus stopp also da und dann sinken wir ab da und dann bleibst du stehen ne? jo alles klar jetzt suchen wir den Weg raus da ist er gut won't open alter scheiße jetzt hab ich es echt ein bisschen verpennt ne? so jetzt sind wir doch direkt in dem Raum hier gewesen ja man jetzt gucken wir erstmal wo der Weg ganz oben hin führt den wir das letzte hier noch gefunden haben wahrscheinlich wieder ganz am Anfang was jetzt nicht auch unbedingt nicht verkehrt ist, ne? so jetzt kann mir auch nichts mehr widerstehen meiner Power vom Plasma Beam ich bin ziemlich sicher ach so ach so ok wir hätten jetzt direkt zu Ridley gehen können aber wie gesagt ich hätte gerne noch ein wenig Zeug eingesammelt won't open ok aber bald haben wir es sehr durch wie geil ah ja aber wir sind guten台